Es hat perfekt funktioniert, hat uns der Arsch dann nicht gesehen, wie wir ihn abgeschmockt haben. So, jetzt mal ein bisschen schneller hier. Köder läuft da lang. Ich muss den hässlichen Köder hier erinnern, den kann ich überhaupt nicht leiden, der muss weg. Okay, nachladen. Hier scheint es ein bisschen ruhiger abzulaufen. Scheißen schwer, oder was? Bleib, wo du bist. Richtig. Komm her. Dann ist alles vorbei. Nice! Ist ja noch irgendwo einer, das weiß ich doch ganz genau. So. Ruhe hier. Okay, ich bin da. Okay. Ja, ich weiß. Okay, ich kann gar nicht. Klamotten mal Ausschau halten. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Achso. Muss doch hier hoch. Machen wir das doch mal. Ganz ruhig. Ah, ein Schei-Yong. Ah, voilà. Komm runter. Das hier mal, hä? Und sich dann umdrehen. Anstatt dass sie einfach mal dann komplett nix sehen. Das wäre mal eine Revolution. Okay, wir klettern mal hier hoch. Gucken wir mal auf hier. Sammy! Was ist denn los da mit dir? Sind wir mal ausgerutscht? Sam, da ist eine Stelle, an der du an einem Seil runterrutschen kannst. Das ist besser als Hunden zu begegnen. Das ist besser als Hunden zu begegnen. Was? Was zur Hölle war das denn jetzt? Alter, wie weit muss ich denn noch? Wie groß ist denn dieses scheiß Gefängnis hier, Alter? Vier Gegner nicht alarmiert. Ich bin am Camp X-Ray. Gut. Durchquere es. Dann kommst du an die Küste, wo Briggs dich erwarten wird. Oh oh. Autschen! Autschen! Was ist denn? Was ist denn los? Was habe ich gemacht? Er schießt in Landfragen oder was? Bin am Camp X-Ray. Ich bin am Camp X-Ray. Durchquere es. Dann kommst du an die Küste, wo Briggs dich erwarten wird. Oh Gott. Lass nicht ab von mir, die beiden Schweinepriester hier. Ich bin am Camp X-Ray. Ich habe den Schuss. Ich habe den Schuss. Wir haben den Schuss. Wir haben den Schuss. Everyone, können Sie hin. Ich habe den Schuss. Wir haben neuere Zeke Quarles auf dem Weg. Wir haben eine Schuss. Wir haben einen Schuss. Schuss, den Schuss 40 bis jetzt! In dem Schuss zu sehen! Bruder scheiß Sniper ey Ok jetzt haben wir erstmal hier Ruhe wie es so aussieht Wir haben einen Intruder Entschuldigung jetzt Ah ein geilen Weg Ich verlasse das Lager Folge der Küste Briggs wartet dort bereits mit einem Wassertaxi Ich bin unterwegs Das heißt einfach nur noch Sprinten alter Und kommen Genau das hatte ich vor Nicht dass die scheiß Küstenwache jetzt nach uns absucht ey Gar keinen Bock drauf Ok wir sind fast da Warte Warte Hier wir mit von Patrouillenbooten Grim meldet sich wenn es losgehen kann Hast du was erfahren? Nuri war ein Köder von Sadiq Seine Mission war es die USA abzulenken während Sadiq ein Schiff entführt Der nächste Blacklist Angriff Amerikas Benzin Vermutlich Es gibt noch ein Problem Sadiq hat ein zweites Ziel Uns Was ich gesagt habe Sparen wir die Entschuldigung Hab ne Grenze überschritten Das macht jeder irgendwann Wer bricht schon in Guantanamo ein und wieder raus Wir dürfen nicht drüber reden Da gefällst du dich dran Ja Und wir sind noch nicht raus Briggs Zwischen den Booten ist deine kleine Lücke Jetzt oder nie Verstanden Ok Infiltrierung Befragung Ungestörte Gegner 5 Mal 150 33 mal 125 Alter Schwede Nicht schlecht Effizienz 350 Ja was soll man denn noch alles machen damit man da Gold kriegt ey Das ist ja unglaublich Steals Kills Null Kampf Not Out Eimer Kampf Kills Null Weil ich keine Kills machen Melke Das geht doch nicht Ja wir brauchen 43 Minuten insgesamt Drei Mal versteckte Wege Drei Mal versteckte Wege 2525 Äh 24 Ghost Haben wir nicht fertig hingekriegt Mal 20 Der Stand hat sich geändert Können wir vor der nächsten Operation mal auspennen Hast gerade erst in Kuba am Strand rumgehangen und bist jetzt in Mexiko Wenn mich Patrouillenboote beschießen erhole ich mich so schlecht Bitte sag mir dass du neue Informationen über das entführte Schiff hast Die ganze Flughafenbesatzung ist vor 5 Minuten abgehauen und zwar ohne ein Wort Klingt ganz so als würden wir Ärger kriegen Wir wollten die Drohne starten und sehen was los ist aber jemand stört das Bildsignal Startet und zwar so schnell es geht Es sind Fußalldaten sie wollen uns flankieren Okay ihr Drei Geht hier in Stellung und nehmt sie unter Beschuss Grim solange die angreifen können Das heißt sie muss jetzt töten oder was Ich treff die Vorbereitungen Okay Die auf mich schießen oder wir aber auch schießen Stirb Das ist wahrscheinlich ne neue Mission, wa? Ich habe ja die Videos gemacht, dann tut mir leid Leute Dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge Wuhuuu Ich hoffe es hat euch gefallen Wie immer schreit in die Kommentare Und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online Würde mich freuen Tschüss